Musik Sie wollen den Eiskanal ganz alleine erleben? Kein Problem! Musik Mit unseren Eistubes starten Sie ab Herrenstadt und haben so 14 Kurven und 1300 Meter Strecke. Ganz für sich allein. Musik Fühlen Sie sich wie unsere Rodler und jagen Sie die Oberhofer WM-Bahn mit einem Top-Speed von 45 bis 50 kmh hinunter. Adrenalin pur! Musik